Was denn habt ihr Majas? Lo? Ich hab's fast geschafft! Was genau hab ich denn jetzt angeleuchtet? Yoshi, ich hab nicht gesehen, was ich angeleuchtet habe, aber ungefähr so was wie das Gesicht hab ich getroffen, oder? Und jetzt ganz ohne Verarschen, was hab ich getroffen? Totem! Hallo, Michael! Tschüss, Michael! Oh, toll! Sackkasse, Michael! Was mach ich jetzt, Michael? Hi! Jupp! Der ist P3, der darf das. Gut, dann spring den Rennen um. Ich mein, ich hab Yoshi fast freigeleuchtet. Oh, Shadow schreibt mir, ob ich online bin. Ja, ich spiel' gerade DVD. Mit Yoshi und so. Was machen Sachen? My killstock. My killstock. Jetzt hat sie sehr eilig, plötzlich. Am anderen Ausgang, der auch nicht auf ist. Ah, sie stirbt jetzt gleich da, wo ich gestorben bin. Und jetzt ab zu dir. Nein, sie kommt zu dir gerannt. Ja, sie kommt nicht am Mayas vorbei. Der ist... Nicole, du musst hier Rückendeckung im Ausgang. Aber du hast geliehen, ne? Ich bin gut. Und die Alte hat keine... Doch, sie hat Selbstheilung mit. Tschüss, Nicole. Oh, Blutwächter. Blutwächter. 12 Sekunden. Nicole, das ist gerade wieder. Oh! D'oh! Blutwächter. Sehr schönes Perk. Hab' vergessen, wie toll das ist. Ja, ich auch.